Schau mal, Schatz, wir haben jetzt schon 200 Euro gespart, weil wir die Heize nicht mehr so oft anmachen. Wow. Die habe ich natürlich direkt in einen neuen Pullover investiert. Ja, weil mir immer so kalt war. Weißt du, wie wir noch mehr Kohle sparen können für deine Klamotten, wenn wir nachts waschen. Das ist nämlich der Strom günstiger. Aber du kennst unsere Nachbarn und unser Kind muss auch schlafen. Wenn du dich genau im Bad umsiehst, dann siehst du eine Bosch Silence Waschmaschine da stehen. Also die so leise können sogar wir schlafen, wenn ihr uns lässt. Und die Nachbarn können auch schlafen und wir sparen noch Strom. Also kann ich mir auch noch neue Schuhe bestellen? Äh, nee. Ach, hast du großartige Ideen. Ruhe erleben mit den entspannt leisen Hausgeräten der Bosch Silence Edition 2019. Jetzt auf AO.de entdecken.